Richard Schabke Die schwarze Front Von den Zielen und Aufgaben und vom Kampfe der deutschen Revolution, Leipzig 1932 Umbruch Vorwort von Otto Strasser Es ist eine grauenvolle Zeit für den deutschen Menschen der Gegenwart. 14 Jahre lang wüten Not und Elend, Hunger und Verzweiflung schon im deutschen Volk. Millionen sind seit Jahren schon ausgestoßen von jeder produktiven Tätigkeit, Millionen haben ihre materische und seelische Sicherheit verloren, und starren in einen Abgrund, von dem sie keine Rettung sehen. Verzweifelt wehren sie sich gegen den Sturz, kämpfen mit schier übermenschlichen Kräften immer wieder gegen den tötenden Druck, gegen die aufkeimende Verzweiflung, gegen die Ausweglosigkeit ihres Elends, gegen die Sinnlosigkeit ihres Lebens. Mit verbissener Wut rennen sie gegeneinander an, rufen sich Worte des Hasses, der Schuld zu, und fallen einander an in tödlicher Rache. Blut unterlaufen sind ihre Augen von Hass, zum Bersten gefüllt ihr Herz voll Wut, versperrt jedes Denken von Wellen des Argwohns, zerschnitten die Gemeinschaft von den Schützengräben der Parteien. Sagt, ist es nicht so? Nacht ist über Deutschland, Hoffnungslosigkeit unter seinen Menschen, Verzweiflung scheint die einzige Lösung dieses Chaos. Das ist die Zeit, die der Prophet verhieß, von der Umwertung aller Werte. Das ist die Nacht, die den Tag gebiert. Das ist die Hoffnungslosigkeit, darin die Seele sich Erneuerung holt an Kraft und Glauben. Das ist das Chaos, das die Schöpfung in sich trägt. Tief senkt sich der Pflug des Schicksals in das deutsche Leben und reißt Furchen, Sturmwinde brausen darüber hin, üben Zerstörung und Vernichtung. Aufgewühlt bis in seine letzten Tiefen stöhnt dies Leben unter dem doppelten Ansturm, fragt hadernd nach dem Sinn, schreit gequält nach dem Ende, wütet gegen sich selbst und schmäht Gott. Aber mit ehrenem Gesicht schreitet Gott hinter dem Pflug des Schicksals und wirft mit weitausholender Hand die Samenkörner in die Furchen, die Samenkörner einer neuen Zukunft, die im Frühling grünen und im Sommer Frucht tragen werden. Ihn jammert die Klage der Menschen nicht, weil er weiter sieht als sie, weil er weiß, dass der Umbruch Not tut, wenn die junge Saat aufgehen soll. Und weil er ihnen selber den Trost gegeben hat, dass er die liebt, die er züchtigt. Was dieses Bild soll, fragt ihr. Sichtbar machen soll es die große Not des deutschen Volkes. Sichtbar vor allem aber die große Hoffnung, die hinter der Not steckt und deren Erfüllung der Sinn aller Opfer ist, die wir brachten. Oder glaubtet ihr wirklich, dass die Millionen Toten des großen Krieges, unsere sowohl, wie die der Feinde, sinnlos gestorben sein könnten, Opfer einer fehlerhaften Politik? Glaubtet ihr wirklich, dass das Meer von Blut und Tränen einflusslos auf unsere Seelen bleiben könnte, so als wäre es nie gewesen? Glaubtet ihr wirklich, dass die Stürme der Leidenschaft, die unsere Herzen erfüllen, abebben werden ohne Sinn und die Opfer, die sie heischten, von denen rechts und von denen links, nur Bausteine wären zu einem Denkmal des Irrtums, nicht aber quadern zum Altar der Zukunft? Vielen, allzu vielen noch mag es so scheinen. Aber schon wächst die Zahl der Erkennenden, der Erwachten, schon bildet sich die geheime, die schwarze Front, die da weiß um den Sinn des großen Umbruchs und die in der Hingabe an das Schicksal die Umrisse, die Formen dieses Sinns erkennt. Eine große, eine gewaltige Neugeburt vollzieht sich im schmerzerfüllten Chaos der deutschen Gegenwart, die Idee der großen französischen Revolution, der Liberalismus stirbt, und mit ihr sterben ihre Formen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, mit ihr sterben Kapitalismus, Individualismus, Rationalismus. Und herauf steigt die Idee der deutschen Revolution, der Konservativismus, und erfüllt alle Ebenen des Lebens mit ihren Formen, Sozialismus, Nationalismus, völkischer Glaube. Vielleicht, dass die Worte unvollkommen klingen, missverständlich sind, da sie noch dem Sprachschatz der alten Epoche entnommen sind. Aber jenseits aller Begriffe empfinden wir die gewaltige Wandlung, dass die Gemeinschaft, dass wir, die Herrschaft antritt, anstelle des Individuum, des Ich, das in Übersteigerung seiner Freiheit alles verlor, Leben, Ordnung, Sinn. Verirrt, verwirrt, verzweifelt sucht dieses Ich, wieder Bindung. Bindung, die Halt ist und Rettung und Sinn. Und es findet sie in Heimat, Gemeinschaft, Gott. Es ist eine große und herrliche Zeit für den deutschen Menschen der Gegenwart. Weil seiner die Erfüllung hart, die Zukunft, das Reich. Gezeichnet, Otto Strasser. Der erstarrte Liberalismus. Zitat, Möller van den Broek. Der Liberalismus ist der Ausdruck einer Gesellschaft, die nicht mehr Gemeinschaft ist. Zitat Ende. Unsere heutige Zeit, unser heutiges politisches Leben, unsere Wirtschaft und Kultur sind geformt und werden beherrscht von den Ideen der französischen Revolution, den Ideen des Liberalismus. Die grundlegenden Artikel der französischen Erklärung der Menschenrechte, in das Bewusstsein als etwas grundsätzlich Neues eingedrungen, bilden die ordnenden Kräfte des 19. Jahrhunderts. Es sind Glaubenssätze, diese Artikel der Menschenrechte, die keinen Widerspruch dulden. Erstens. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die sozialen Unterschiede können nur auf den allgemeinen Nutzen gegründet werden. Zweitens. Der Zweck jeder staatlichen Verbindung ist die Erhaltung der natürlichen Rechte des einzelnen Menschen. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Bedrückung. Die verstandesmäßigen Kräfte, die rationalen, berechenbaren Werte werden durch den Liberalismus an die erste Stelle gerückt. Der Verstand ist die schöpferische Kraft schlechthin, die schicksalsmäßigen Kräfte göttlicher Ideen sind nicht mehr die Kräfte, die Geschichte machen. Das Zeitalter des Liberalismus stellte das einzelne Ich in den Vordergrund. Seine Freiheit, sein Glück waren allein entscheidend. In dieser liberalen Freiheit fand die Losgelöstheit, die Ungebundenheit des Einzel-Ich ihren Ausdruck, das Grenzen nur in dem Freiheitsrecht anderer Individuen sah. Dieses Nichtgebundensein, diese Freiheit von geistigen und seelischen Mächten musste naturnotwendig zu jenem Materialismus führen, der als Lebensanschauung und Ordnung im wilhelminischen Vorkriegsdeutschland vorherrschend war. Der Liberalismus, der Verstand und Vernunft als oberste Herrscher einsetzte, musste in seiner Konsequenz weiter jenen Platten aufklärricht erzeugen, für den es Irrationales überhaupt nicht gab, für den der Glaube an göttliche Kräfte finsteres Mittelalter war, und Fortschritt und Wissenschaft, die alleingültigen Mächte des Daseins bildeten. Der liberale Glaube, dass die «freie Entwicklung aller Kräfte» allein die beste Gewähr für ein geordnetes Leben des Einzelnen und der Völker bildet, führte zu der kapitalistischen Wirtschaftsform. Diese Wirtschaftsform des Kapitalismus ist auf den liberalen Eigentumsbegriff gegründet, für den das Eigentum eine Sache, eine Ware ist, mit der der Eigentümer beliebig und willkürlich verfahren kann, wenn nicht gerade Rechte anderer Individuen dem entgegenstehen. Das Ideal einer freien Wirtschaft musste zu jener weltwirtschaftlichen Verflechtung und Internationalität, zu jener hemmungslosen Profitwirtschaft zugunsten des oder der Einzelnen führen, die die Preise durch Kartelle willkürlich festlegt und nicht mehr in der Bedarfsdeckung, sondern im möglichst großen Gewinn und Profit den Zweck der Wirtschaft sieht. Der arbeitende Mensch ist nur noch ein Faktor im Produktionsprozess, der mehr und mehr durch die Maschine ersetzt wird und nur noch als Maschine behandelt wird. Typisierung, Schematisierung, Rationalisierung sind nur verschiedene Teile dieses Wirtschaftsprozesses. Die Notwendigkeit einer weltwirtschaftlichen Verflechtung und Verbundenheit, deren entscheidende Faktoren Welthandel und Weltbörse sind, ist ein liberaler Glaubenssatz, der auch dann noch aufrechterhalten bleibt, wenn die Wirklichkeit sich ganz entgegen diesem Glauben entwickelt. Da nach liberaler Auffassung der Sinn des Staates der Schutz der allgemeinen Menschenrechte ist, der Staat mithin als reiner Zweckverband gesehen und empfunden wird, gilt es für den Liberalismus, das Individuum, das Einzelwesen gegen Ein- und Übergriffe des Staates zu schützen. Durch den Staatsaufbau muss also die Gewähr gegeben werden, dass er diese Rechte des Einzelnen nicht gefährdet. Der liberale Staat ist also auf das Individuum gegründet. Da alle Menschen vernünftig sind, die Vernunft und der Verstand oberste Instanz des Menschen sein sollen, wird die demokratische Staatsidee notwendig, die Staatsidee des Liberalismus. Rousseau wird ihr Hauptvertreter. Die Demokratie beruft sich auf das Volk, aber für sie ist Volk nur eine Addition der zufällig auf dem Gebiet des Staates lebenden Individuen. Dass das Volk ein lebender Organismus ist, in den wir schicksalsmäßig hineingestellt sind, dem wir angehören, ob wir wollen oder nicht, und der uns geformt und gestaltet hat, das ist organisch gedacht. Das sind konservative Auffassungen. Den Liberalismus geht es um das Schicksal des Einzelnen, nicht um das Schicksal der Gemeinschaft. Der Sinn der Gemeinschaft ist ihm immer nur in Hinblick auf das Einzel-Ich gegeben. Er kann sich diese Gemeinschaft immer nur kollektivistisch denken und spricht daher richtig von Gesamtheit. Dem konservativen, verwurzelten Denken geht es um das Schicksal der Gemeinschaft. Der Einzelne hat nur Wert in Hinblick auf diese Gemeinschaft und in ihr. Das Wir, ist dem Ich, übergeordnet. Das Wir, ist für ihn die Nation und die deutsche Volkheit, die vor dem einzelnen Deutschen da war und nach ihm da sein wird. Der Parlamentarismus ist ein Wesensbestandteil der Demokratie. Die politischen Parteien sind die notwendigen bewegenden Kräfte im demokratischen Staat. Die Entscheidung liegt bei der Mehrheit, bei der Masse also. Sie gilt es zu gewinnen. Wer sie beherrscht, wer auf diesem Instrument zu spielen versteht, beherrscht den demokratischen Staat. Die Massenmeinungen, Ansichten und Auffassungen sind wichtig. Es gilt, sich den Einfluss auf sie zu sichern. Die öffentliche Meinung spielt die große Rolle. Die öffentliche Meinung ist aber nur zu einem kleinen Teil wirklich das, was das Volk denkt. Die öffentliche Meinung ist das, was in den großen Zeitungen steht und was die großen Parteien sagen. Demokratie heißt, Verständigung nach innen und nach außen suchen. Sie führt nach innen zu parlamentarischen Koalitionen und zu jener politischen Kompromisspolitik, bei der auch der gelebte politische Grundsatz der politischen Macht, oder was man dafür hält, geopfert wird. Nach außen ist das demokratische Ideal der Völkerbund, in dem die Staaten friedlich vernünftig ihre Angelegenheiten untereinander regeln. In Streitfällen entscheidet ein neutrales Schiedsgericht. Da aber der Kapitalismus notwendig zum Imperialismus führen muss, wird immer nur jenes Zerrbild vom Völkerbund in der Wirklichkeit entstehen, das wir augenblicklich in Genf besitzen. Recht hat stets der Stärkere, die Schwächeren werden im Zeichen der Menschenrechte ausgebeutet und ausgeplündert. Durch den Zusammenbruch von 1918 kam der Liberalismus in Deutschland politisch zu einem Zeitpunkt zur Herrschaft, als seine Glaubenssätze abgegriffen waren und an Glanz bereits verloren hatten. Das demokratische Deutschland nach 1918 unterschied sich in nichts in seinem inneren Wesen vom wilhelminischen Vorkriegsdeutschland, das innerlich längst liberal ausgehöhlt war. Die liberalen Formen im wirtschaftlichen, staatlichen und kulturellen Leben der Nation waren erstarrt. Ihre Mängel und Unzulänglichkeiten waren allgemein geworden und die schönsten Worte konnten über diesen Zustand nicht mehr hinwegtäuschen. Am stärksten bewies der Liberalismus aber seine Greisenhaftigkeit dadurch, dass er mit den Lebensfragen der Nation nicht mehr fertig wurde. Er konnte die Aufgaben, die die Nachkriegswelt an ihn stellte, nicht lösen. Die Welt nach 1914 tat so, als ob sie noch die liberale Vorkriegswelt sei. Aber sie war es nur noch in den Reden der Staatsmänner und Abgeordneten, in den Leitaufsätzen der Zeitungen, in den Vorschlägen und Plänen der Wirtschaftsführer. Der Weltkrieg, der vom liberalen Standpunkt aus unverständlich und unvernünftig war, den der Liberalismus nur als Zerstörer und Vernichter sah, machte den Zusammenbruch des liberalen Zeitalters deutlich. Mit ihm begann aber auch gleichzeitig der Durchbruch des neuen Zeitalters, das die Ungebundenheit durch die Bindung ablöste, das nach der Entwurzelung wieder zur Verwurzelung strebte, und an die Stelle des Ich, das Wir, die Gemeinschaft setzte. Die Ideen von 1914 bestimmen, formen und gestalten dieses neue Zeitalter. Ideen, die antiliberal, antikapitalistisch und antimaterialistisch sind. Eine Revolution, die die Maßstäbe von gestern und heute verwirft und mit neuen Werten misst, die eine Umwälzung auf allen Ebenen des Lebens umschließt, kommt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es würde den Rahmen dieser Schrift sprengen, alle die Vorläufer und Wegbereiter dieser deutschen Revolution, die für uns mit dem August 1914 in die Erscheinung tritt, aufzuzeichnen. An dieser Stelle nennen wir nur die Bewegung, die bereits um die Jahrhundertwende sich als erste größere Bewegung gegen die Zeit und ihren liberalen Charakter wendet, die deutsche Jugendbewegung. Und den Mann, der wie kein anderer zum Wortführer des Neuen geworden ist, in dessen Werken dieses Neue am Reinsten und Klarsten zum Ausdruck gekommen ist. Möller fand den Bruck. Die deutsche Jugendbewegung ist, von den einen, lediglich als Auflehnung gegen Schule, Elternhaus und Kirche gedeutet worden. Die anderen sahen in ihr nur eine romantische Flucht in die Wälder. Selbst einer ihrer klügsten Köpfe empfand sie als ein erotisches Phänomen. Sie war ihm ein Erzeugnis der Inversion. Er sah, im Banne Freuds stehend, Dinge bei ihr im Vordergrund, die keineswegs Wesen und Gehalt der deutschen Jugendbewegung ausmachten. Die Jugendbewegung war aber eine Abkehr von dem liberalen Zeitgeist. Sie war eine Auflehnung des jungen deutschen Geschlechtes gegen eine Zeit des Verstandes und der Berechnung. Ein leidenschaftliches Bekenntnis zu den irrationalen Mächten des Daseins. Ein aus dem Gefühl, aus dem unverbildeten und unverbrauchten Blut kommender Protest gegen eine Zeit, die alles entwurzelte. Eine Abkehr von der Masse, ein Sich-Wiederfinden in der Heimat, im Volkstum. Führertum und Gefolgschaft, Volkstum und Vaterland wurden hier erlebt und erwandert und somit erst eigentlich wieder zum Besitz. Da die Nation kein Gemeinschaftsleben kannte, da sie das Außen über das Innen stellte und in ihr kein Raum für das junge Geschlecht war, schuf sich diese Jugend um die Jahrhundertwende in eigenen Bünden, neue Gemeinschaftsformen, in denen nicht das Einzel-Ich, sondern der Bund, die Gemeinschaft, das Wir, im Mittelpunkt stand. Wo Pflichten mehr galten als Rendite, Einordnung unter das Gesetz des Bundes, und unter selbst gewählte Führer, Selbstverständlichkeiten waren. Werte, die draußen in der Öffentlichkeit nichts oder fast nichts mehr galten, entstanden hier neu. Der Gegensatz zwischen Kultur und Zivilisation wurde wach. Diese Jugend trug in sich schon Gesetze einer neuen Zeit und suchte sie in ihrem Leben zu erfüllen. Jenseits der nationalen Phrase wuchs hier ein neues völkisches Bewusstsein, dem Deutschtum kein satter Besitz, sondern eine verpflichtende Aufgabe bedeutete. Lagards Worte. Zitat. Wo unsere Jugend nur von ferne Zukunft in der Gegenwart ahnt. Da dient sie dieser Zukunft. Zitat Ende. Die bündische Jugend hat sie bewiesen. Von der Jugendbewegung zur Generation der Frontsoldaten führt eine gemeinsame innere Linie. Der große geistige Kämpfer unserer Tage gegen den Liberalismus ist Möller van den Bruck. Er ist der konservative Revolutionär, der Verfasser des preußischen Stil, die Zeitgenossen, die Deutschen, unsere Menschengeschichte, und vor allem des Buches, dessen Titel Programmwort für eine ganze Bewegung wurde, das Dritte Reich. Dieses Buch wird zum geistigen Mittel und Ausgangspunkt aller jener Personen und Gruppen, die der kommenden Zeit zugehören. Möller van den Bruck erhob die in der deutschen Jugendbewegung im Gefühl, im unbewussten Leben der Welt in das politische Bewusstsein. Er sprach aus, formte und gestaltete, was das junge Frontsoldatentum im Weltkrieg an Erkenntnissen gefunden und erlebt hatte. Er war der Erste, der den revolutionären Charakter des Weltkrieges sah, die Probleme und Aufgaben dieser deutschen Revolution, die mit dem August 1914 begann, erkannte. Er fühlte sich leidenschaftlich jenem deutschen Sozialismus verpflichtet, der antiliberal sein muss, weil er nationalrevolutionär ist. Er sprach Deutschlands neue europäische Führeraufgaben aus und gab der jungen Generation wieder Zukunftsziele. Er war in allem der große Gegner des Westens und der westlerischen Ideen. Möller van den Bruck wird so zum großen Erzieher des jungen politischen Geschlechts. Sein Schaffen wird für dieses von größter grundlegender Bedeutung. Heute, wo er nicht mehr unter den Lebenden weilt, gewinnen seine Gedanken immer mehr an Boden. Den Kampf gegen den Liberalismus in seiner reaktionären und marxistischen Form aber schreibt als Bewegung der Nationalsozialismus auf seine Fahnen. Der Kampf des Systems Zitat Möller van den Bruck Der reaktionäre Mensch ist die innere Gefahr Zitat Ende Am 28. Januar 1928 marschieren in der deutschen Nordmark 140.000 Bauern. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Deutschen Republik, dass das bäuerliche Deutschland auf einer solchen machtvollen Kundgebung Schulter an Schulter beisammen steht. Aus dem Munde der Führer dieses Bauernaufstandes, der Klaus Heim und der Otto Johansen, fallen scharfe und harte Worte gegen das System, das sie als den Feind im Dunkeln empfinden, der gegen sie angeht. Das System ist es, das sie bedrückt, das sie aussaugt, sie von Haus und Hof treibt, dem sie frohnen müssen. Das System, das ist der Träger einer artfremden Wirtschaftsordnung, das die Leistung, die Arbeit nicht wertet, sondern dem Schacher, dem Wucher, dem ungehemmten Profit freie Bahn lässt. Das System, das ist der Träger einer artfremden Rechtsordnung, das aus fremden Denken heraus mit einem schematischen Formalismus das gesunde Rechtsempfinden des Volkes erstickt und vergewaltigt. Das System, das ist der Träger einer artfremden Staatsordnung, das die Nöte des Volkes nicht kennt und von oben ordnet, anstatt von unten aufbaut. Das System, das ist der Träger einer artfremden Sittlichkeit, der Gemeinschaft, Heimat und Nation nichts mehr bedeuten und die Ehre und Verantwortung nicht mehr kennt. Das und noch vieles mehr ist der Inhalt, der Inbegriff des Wortes für sie. Gegen dieses System stehen sie im Kampf. In einem Kampfe, den sie mit allen Mitteln führen und der dann ihre Vorkämpfer in die Gefängnisse und Zuchthäuser gebracht hat. Sie kämpfen nicht gegen, sondern um den Staat. Das System, das ist die Reaktion von heute. Das System, das sind alle diejenigen, die sich an diesen sterbenden Liberalismus klammern, die den Zusammenbruch des liberalistisch-kapitalistischen Deutschland verhindern wollen und verhindern zu können glauben, wenn sie die Augen vor dem Zusammenbruch zukneifen, nach äußeren Gründen suchen und ihn mit äußeren Mitteln und Mittelchen, Erlassen, Verordnungen, Strafen und so weiter aufhalten wollen. Das sind alle diejenigen, die die gesunden Kräfte in diesem Notwehrkampf des Bauern, der nicht sterben will und nicht sterben soll, weil er um der Nation willen nicht sterben darf, nicht spüren, sondern nur die Rebellion gegen bestehende Gesetze sehen. Das sind alle diejenigen, die den Kampf des Arbeiters, seine Aufstände und sein Aufbegehren nicht verstehen, wie sie den Kampf des Soldaten nicht verstehen. Das System, das sind alle diejenigen, die das Neue, was in den Kämpfen des bäuerlichen, proletarischen und soldatischen Deutschland unserer Notjahre aufkam, mit allem Hass, Verfolgung und Verfemung bedenken, weil das gesunde, zukunftsträchtige in und hinter diesem stürmischen und ungebärdigen für sie eine fremde, feindliche Welt war und eine fremde Welt bleiben wird. Das System ist die sterbende Welt des Gestern und Heute. Das System fühlt, dass es sterben muss. Aber es will nicht sterben und wehrt sich gegen seinen Tod. Und es kämpft diesen Kampf um sein Leben mit aller Hartnäckigkeit, Zähigkeit und Grausamkeit, die es noch aufzubringen vermag. Das System kämpft unter schwarz-rot-goldenen und unter schwarz-weiß-roten Fahnen. Es hat seine Träger in allen Parteien, mögen sie links oder rechts oder in der Mitte stehen. Das System tritt patriotisch national und tritt international auf. Diese äußeren Gegensätze werden aufgewogen durch die inneren liberalen Gemeinsamkeiten. Denn das System ist sich eins, in seiner liberal-kapitalistischen, demokratisch-parlamentarischen, zivilisatorisch-fortschrittlichen Haltung. Die Front des Systems reicht von Hilferding bis Hitler. Das System hat die Arbeiterschaft um die Revolution betrogen. Der 9. November 1918 war eine revolutionäre Niederlage, denn mit ihr siegte nicht der Sozialismus, sondern der Kapitalismus. Nicht die Freiheit, sondern die Unfreiheit, nicht das Volk, sondern das System. Durch die Novemberrevolte wurde der am 1. August 1914 zurückgedrängte Kapitalismus wieder in den Sattel gesetzt. Das System betrog das Volk um den Sozialismus. Es hetzte den Arbeiter gegen den Soldaten. Den Soldaten gegen den Arbeiter. Den Bauern gegen den Arbeiter. Den Arbeiter gegen den Bauern. Und es missbrauchte die Gläubigkeit und den Tatwillen der deutschen Jugend für seine reaktionären Ziele. Das System ist der Garant der Tributknechtschaft nach außen und der Garant der kapitalistischen Ausbeutung nach innen. Der Kampf des Systems ging und geht immer gegen die Zukunft. Die Rote Front Zitat Möller-Van den Bruck Von den marxistischen Programmen ist schließlich nur die Tatsache des Proletariats übrig geblieben, dass sich jetzt vor Probleme gestellt sieht, die marxistisch nicht zu lösen sein werden, weil der Ausgang des Weltkrieges sie als das herausgestellt hat, was sie waren und sind, nicht so sehr Klassenprobleme als Völkerprobleme. Zitat Ende Gegen die Front des Systems hat den Kampf auf ihre Fahnen geschrieben, die Rote Front, die eine Front des Proletariats sein will. Aber steht sie wirklich in einem scharfen Gegensatz zum System? Ist ihr Kampf wirklich ein Kampf, der zum Siege führt, der zum Siege führen kann? Sind ihre marxistischen Parolen die Losungen, die die Kräfte innerhalb der deutschen Arbeiterschaft freimachen und zum Einsatz gegen das System bringen können? Die Erfolglosigkeit des Kampfes unter den roten Fahnen kann auch die Rote Front nicht leugnen. Sie ist heute in der Abwehr, nicht im Angriff. In der Verteidigung, nicht im Vormarsch. Sie kann dem Gegner keine neuen Stellungen abgewinnen, weil sie, in sich ungeschlossen und uneinheitlich, nicht vermag, sich unter ein einheitliches Kommando zu stellen. Nicht, dass die Rote Front in genauso viele Gruppen zerfallen ist, wie die Front des Systems, ist das Entscheidende. Einzelne ihrer Gruppen sind sogar schon so weit mit dem System versippt und verfilzt, dass ihr praktisches Tun auf eine Stützung des Systems hinausläuft. Obwohl der überwiegende Teil ihrer Anhängerschaft keine Stützung, sondern Kampf will. Aber die politische und gewerkschaftliche Zersplitterung an sich wäre nicht das Schlimmste. Dass es Sozialdemokratie, Sozialistische Arbeiterpartei, Kommunistische Partei, Kommunistische Arbeiterpartei, Kommunistische Opposition, Leninbund, Syndikalisten, Anarchisten, Sozialdemokratische, Kommunistische und Syndikalistisch-Anarchistische Gewerkschaften gibt, das politische Bewusstsein des Proletariats also ganz und gar nicht einheitlich ist, ist eine Tatsache, die dem materialistischen Leersatz von Karl Marx, dass gleiche Lebensverhältnisse ein gleiches Bewusstsein erzeugen, brutal ins Gesicht schlägt. Das politische Bewusstsein des Proletariats ist genauso unterschiedlich wie das politische Bewusstsein des Bürgertums. Die Tatsache nun, dass die revolutionäre Leidenschaft der unter den roten Fahnen kämpfenden deutschen Arbeiter schafft, ihr Tatwille, ihre Begeisterung, ihr Opfermut, wofür in der Geschichte der marxistischen Bewegung Beispiele über Beispiele erbracht worden sind, nicht vermocht haben, das System zu erschüttern, geschweige denn zu stürzen, ist eine Tatsache, die nicht gleichgültig hingenommen werden kann. Woran liegt das? Die Rote Front ist liberal. Sie ist international in ihrem Geist, städtisch industriell in ihren Formen und materialistisch in ihrem Wesen. Die Rote Front ist also zwangsläufig in den Zerfall und Zusammenbruch des Liberalismus mit hineingestellt. Sie kann dem Zerfallenden System nichts Neues, nichts aus einem anderen Geist geborenes entgegensetzen, weil sie sich von dem gleichen sterbenden Geist des Liberalismus tragen und führen lässt. Ihr revolutionärer Flügel befindet sich in völliger Abhängigkeit von Russland, sowohl ideologisch als auch organisatorisch. Die kämpferischen Kräfte im Proletariat, die vom Liberalismus und Marxismus überfremdet sind, können nicht zum Einsatz gegen das System gebracht werden, nicht den Sturz des Systems herbeiführen und nicht ein neues, freies Deutschland errichten. Die schwarze Front Zitat, Möller van den Broek Ihr zieht mit euren Fahnen auf, die ihr dem Lande aufzwingen möchtet. Ihr kommt mit der roten Fahne, die nur ein Tuch ist, das reizt, und die Farbe von Blut ohne Geist. Sie kann unsere Fahne auch dann nicht sein, wenn ihr sie mit Hammer und Sichel und einem Menschheitssterne verziert. Oder ihr habt die schwarz-rot-goldene Fahne hervorgeholt, die einst der schöne Irrtum von Romantikern für die Fahne unseres Ersten Reiches hielt. Aber sie hat längst den Goldglanz verloren, den ihr damals eine schwarmstürmende Jugend gab. Oder ihr haltet noch immer zu der schwarz-weiß-roten Fahne unseres Zweiten Reiches, die über einem Machtgedanken flatterte, der das Weltmeer zu befahren gedachte, ehe ihm das Festland gehörte. Aber wir erlebten den Tag, an dem diese Fahne, die unsere ehrenvollste blieb, in den Wirbeln von Skapa Flo versank. Über Deutschland weht heute Zeichen von Leid, und ein Gleichnis unseres Daseins ist, nur eine einzige Fahne, die keine Farben neben sich verträgt und den Menschen, die in ihrer Düsterheit gehen, alle Lust an bunten Wimpeln und frohen Standarten nimmt, nur die schwarze Fahne der Not, der Demütigung und einer letzten Erbitterung, die Gefasstheit ist, um nicht Verzweiflung zu sein. Banner der Unrast von Gedanken, die bei Tag und in der Nacht um das Schicksal kreisen, das eine verschworene Welt unserem entwaffneten Lande zugedacht hat. Banner des Widerstandes von Männern, die nicht in Ergebung ein Vernichtungswerk hinnehmen sollen, das mit der Zerreißung des Landes beginnen und mit der Ausdilgung unseres Volkstums enden soll. Banner des Aufbruchs von Deutschen, die entschlossen sind, den Betrug auf die Betrüger zurückzulenken, die Nation zu retten und das Reich zu bewahren. Zitat Ende Die liberale Reaktion des Systems kann nicht durch die liberale Revolution der Roten Front gestürzt werden, weil das Zeitalter des Liberalismus das Zeitalter der Vergangenheit ist. Weil die Zukunft nicht unter dem Zeichen des Liberalismus, des Ich, der Entfesselung, sondern unter dem Zeichen des Konservativismus, des Wir, der Gemeinschaft und der Verwurzelung steht. Die Schwarze Front ist die Front der konservativen Revolution. Die Schwarze Front ist die Front der kommenden, die Front der unter der schwarzen Fahne marschierenden und kämpfenden Jugend, Arbeiter, Bauern und Soldaten. Die Schwarze Front ist keine Organisation, der man beitreten kann und von der man sich durch eine Austrittserklärung wieder lösen kann. Sie ist ein großer heimlicher Kampfbund, dessen Glieder erkenntlich sind durch eine allen gemeinsame Haltung, Gesinnung und Tatbereitschaft. Zur Schwarzen Front gehören Gruppen und einzelne. Gruppen wie die Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten, Wehrwolf, Oberland, Bündische Reichschaft, das Kämpfende Landvolk, Gruppen der bündischen Jugend, Kreise, die sich um die Zeitschriften, die Tat, Widerstand, die Kommenden, die junge Mannschaft, und um Persönlichkeiten wie Hans Schwarz und Albrecht Erich Günther Scharen und viele andere. Zur Schwarzen Front gehören die Teile der nationalsozialistischen Hitlerpartei, die im Gegensatz zu der liberalen Führung ihrer Partei stehen, und sich um Gregor Strasser, Graf Reventlow, Erich Koch sammeln, gehören große Teile der Arbeiterschaft, vor allem der Arbeiterjugend, gehören Menschen des Stahlhelms, des Jungdeutschen Ordens und des Roten Frontkämpferbundes. Ihre innere starke Gemeinsamkeit zeigt sich in folgendem, sie sind antiparlamentarisch, antikapitalistisch und antiklerikal. Sie sind darüber hinaus kämpferisch und revolutionär. Sie wollen eine deutsche Revolution, eine Neuordnung und völlige Umgestaltung auf allen drei Ebenen des deutschen Lebens, auf dem Gebiete des Staates, der Wirtschaft und der Kultur. Sie sind keine Reformisten, Flickwerk ist ihnen verhasst. Eine Übertragung der auf fremdem Boden gewachsenen Staats- und Wirtschaftsformen, gleichgültig ob Faschismus oder Bolschewismus lehnen sie ab, wie sie die Deutschland überfremdenden Ideen der französischen Revolution von 1789 ablehnen. Die Ideen der deutschen Revolution, die mit dem August 1914 begann, sind die Antithese der französischen Revolution. Die schwarze Front ist keine Front der Massen, aber sie ist eine Front des deutschen Volkes. Volk, hier gedacht als die große nationale Gemeinschaft, in die wir hineingeboren, die vor uns war, und die nach uns sein wird. Dieses deutsche Volk wird immer nur in einer Minderheit bewusst und lebendig sein, während die große Mehrzahl zwar im gleichen Rhythmus schwingt, jedoch nicht zur Bewusstwerdung vordringt. Die schwarze Front ist völkisch und will der Art Eigenheit unseres Volkes Raum und Leben schaffen. Sie ist rechts und links. Sie ist weder ausschließlich nationalistisch, noch allein sozialistisch, sondern sie ist nationalistisch und sozialistisch. Der liberalistisch-kapitalistische Eigentumsbegriff existiert für sie nicht. Dass alles Eigentum im Obereigentum der Nation stehen muss, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Die schwarze Front ist aus ihrer nationalistischen Grundhaltung heraus antiimperialistisch und bekennt sich zu dem Freiheitskampf der unterdrückten Nationen gegen die imperialistischen und kapitalistischen Mächte. Die schwarze Front ist eine Front gegen alles zivilisatorisch-intellektuelle. Sie ist bäuerlich gerichtet. Die Fahne aller ihrer Gruppen ist die schwarze Fahne Möller van den Brux, der ihr großer Lehrmeister ist und dessen Buch, das Dritte Reich, das grundlegende Buch der Schwarzen Front ist. Die schwarze Front ist religiös und einen neuen lebendigen Gottestum verhaftet. Sie wendet sich gegen den Aufklärricht des 19. Jahrhunderts und weist um die tiefen Zusammenhänge zwischen Religion und Volkstum. Die schwarze Front sieht die Ganzheit der Krise unserer Zeit, die für sie nicht nur allein als eine Krise der Wirtschaft oder eine Krise der Politik oder nur als Kulturkrise erscheint. Sie bejaht darum auch die Ganzheit der deutschen Revolution. Die schwarze Front ist also nationalistisch und sozialistisch in ihrem Geist, soldatisch-bäuerlich in ihrer Form und völkisch in ihrem Wesen. Die Gemeinsamkeit ihrer Gruppen wird am deutlichsten spürbar, wenn man einmal ihr Schrifttum durchsieht. Der gleiche Geist, die gleiche Haltung, die gleichen großen Grundforderungen, wobei nicht entscheidend ist, dass in nebensächlichen Fragen Verschiedenheiten bestehen. Die organisatorische Vielgestaltigkeit der schwarzen Front ist hier keine Schwäche, sondern eine Stärke. Nur so ist es möglich, das große Aufgabengebiet der deutschen Revolution in seiner ganzen umfassenden Größe zu beackern. Die großen Gemeinsamkeiten, die innere Einheit sorgen dafür, dass der Gedanke der Zusammengehörigkeit, der schwarzen Front, das Wissen um die Kampf- und Zielverbundenheit, die Kameradschaft untereinander immer lebendig bleiben. Soweit es in den vorangegangenen Kapiteln noch nicht geschehen ist, soll hier noch einiges über die einzelnen Gruppen der schwarzen Front gesagt werden. Es sind zwei Kräfteströme, auf die wir in der schwarzen Front immer wieder stoßen werden. Der eine ist die deutsche Jugendbewegung und der andere das Frontsoldatentum. Von der Jugendbewegung wurde bereits gesprochen. Die Bünde der Jugendbewegung sind Erziehungsgemeinschaften, das Schwergewicht ihrer Arbeit liegt daher in den Jungenschaften, wo die Ideen der schwarzen Front nur unbewusst und gefühlsmäßig vorhanden sind. Lebendig und bewusst sind sie in den Jungmannschaften. In der Jungmannschaft der deutschen Freischar, der Adler und Falken, in den jungnationalen Jungmannschaften, bei den Gäusen, überall werden wir auf die Ideen der schwarzen Front stoßen. Ein politischer Kreis, der in der Hauptsache von Kräften der Jugendbewegung getragen wird, ist auch die Bündische Reichschaft, zu der sich unter Führung Dr. Cleo Pleyas, eines jungen Sudetendeutschen, eine Reihe junger Führer aus der Jugendbewegung, aus dem Studententum, der Jungbauernschaft und der Jungarbeiterschaft am 17. August 1930 zusammenschloss. Die Bündische Reichschaft ist also kein neuer Bund neben den anderen Bünden der Jugendbewegung, sondern will ihre politischen Kräfte aktiv und einsatzfähig machen. Der Inhalt, der sich für den Nationalsozialisten hinter dem Worte nationalsozialistisch verbirgt, ist hier in dem Worte bündisch eingeschlossen. Die ausgeprägteste Zeitschrift dieser politischen Willensrichtung ist das Organ der Kampfgemeinschaft revolutionärer Nationalsozialisten, die von Otto Strasser herausgegebene Wochenzeitung, die Schwarze Front. Die größte politische Zeitschrift Der Schwarzen Front ist die im Verlage Eugen Diederichs erscheinende Zeitschrift, die Tat, die ihr Herausgeber Hans Zerer durch seine Arbeit und die Arbeit seiner Freunde, von denen vor allem Ferdinand Fried zu nennen ist, zu der Stellung gebracht hat, die sie heute unumstritten im Zeitschriftenschrifttum einnimmt. Es war ein glücklicher Gedanke Eugen Diederichs, 1929 die Zeitschrift in die Hände Hans Zeres zu legen, der durch seine unabhängigen und aufgeschlossenen Artikel in der Vossischen Zeitung, sich der deutschen Öffentlichkeit als ein führender Kopf der jungen Generation vorgestellt hatte. Der Arbeit, die der Tatkreis geleistet hat, besonders seinem Einsatz auf wirtschaftspolitischem Gebiet, ist der Einbruch der Ideen der Schwarzen Front in weite Kreise der jungen deutschen Intelligenz vornehmlich zu danken. Ernst Nikisch, der Herausgeber der nationalrevolutionären Zeitschrift, Widerstand, und Führer des Widerstandkreises kommt von der Sozialdemokratie. Er war der politische Führer des Hofgeismarkkreises der Jungsozialisten, einem Kreis der jungsozialistischen Bewegung, der zum sozialistisch-antikapitalistischen Bekenntnis das Bekenntnis zu Heimat, Volk und Nation hinzufügte. Später versuchte Nikisch zusammen mit August Winnig die alte sozialdemokratische Partei zu einem Sammelbecken der deutschbewussten und staatsbejahenden Kräfte der deutschen Arbeiterbewegung zu machen. Der Versuch glückte nicht. Mit Nikisch zusammen verlassen die jungen Kräfte im altsozialistischen Lager die Partei. Anlässlich der Unterzeichnung des Young-Planes organisiert Nikisch mit Kräften der Jugendbewegung und der Wehrbünde die Aktion der Jugend, Kundgebungen der jungen deutschen Generation, in denen feierlich ausgesprochen wird, dass das junge Deutschland diese Verträge als nicht bindend für sich anerkennt und sich dem Kampfe gegen Versailles und Young verpflichtet. Wehrbünde wie Wehrwolf und Oberland, ihr Einsatz und Wirken, das nicht nur politisch, sondern auch wehrsportlich zu bewerten ist, dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Oberland auch noch heute in Preußen verboten ist, dasselbe Oberland, dessen kämpferischer Einsatz in Oberschlesien mit dazu beitrug, dass nicht noch mehr deutsches Land in polnische Hände fiel. Der Kampf des revolutionären Landvolk, dessen Führer Klaus Heim, heute im Zuchthaus zur Zelle eingekerkert, als ein Schill unserer Zeit, fast zu einer mythischen Figur geworden ist, ist in seiner Ungebrochenheit, seinem Tatwillen und seinem Opfermut zu einem Ruhmesblatt in dem Kampfe der Schwarzen Front um die deutsche Zukunft geworden. Wichtige Vorarbeit auf religiösem Gebiete leistet vor allem der Unterführung General Ludendorfs stehende Tannenbergbund, der die christlichen Kirchen zwingt, sich mit den in unserer Zeit wieder aufgewachten völkischen Kräften auseinanderzusetzen und lebendig zu bleiben. Es gehören zur Schwarzen Front noch manche kleinere Gruppen. Es gehören zu ihr viele Einzelne, die in den Parteien und großen Bünden sich für die Ideen der Schwarzen Front einsetzen und in allen Kreisen neue Kämpfer für die deutsche Revolution werben, unter der gleichen schwarzen Fahne und unter der gleichen Losung. Weder Rom, noch Moskau, sondern Deutschland.